Diese Warmmach-Übung bringt alle Spieler in Bewegung. Drei Spieler starten mit Ball und alle anderen stellen sich an den Hütchen auf. Die Spieler mit Ball passen zu einem Spieler am Hütchen, die dann ins Feld dribbeln. Die Passgeber rennen zu einem besetzten Hütchen. Die Spieler am Hütchen müssen sich dann ein freies Hütchen suchen. Dadurch sind alle in Bewegung und die Spieler mit Ball brauchen einen genauen Blick, um sich auf die dynamische Situation einzustellen. Musik 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 Musik